Musik Hallo Freunde, das ist kein YouTube-Sport. Ich grüße euch. Nach endlichem Warten sind wir endlich bei Dead by Daylight in einer Willkommens-Lobby drinne. Und ich bin heute nicht allein hier und zwar zu Gast der lieben Alp. Ein Wunderschön. Und in ihm. Holy Daila. Grüßt Sie Gott mit dem Land. Jawohl, wir haben vorhin erst mal zwei Aufwärmrunden gemacht. Und ja, jetzt machen wir einfach mal eine Aufnahmerunde. Ja, haben wir lange nicht mehr. Ich finde es geil. Ihr vielleicht nicht, aber ihr könnt ja auch noch was dazu sagen. Ich muss euch ja ein bisschen mit einbeziehen. Das bleibt mal eine stabile Lobby. Ja, wir hatten erst irgendwelche Startschwierigkeiten mit Dead by Daylight. Keine Ahnung, was wir da wieder rumgefixt haben. Aber das ist irgendwie, äh, no, back now. Aber jetzt endlich, nach endlosen Warten und das kurz vor 15 Uhr, haben wir jetzt endlich mal eine Lobby. Seitdem man jetzt schon immer eine Stunde hier sitzt und warten, machen und tun. Ich sieht es leider so. Ja. Schön. Und aus Geiz. Ich bin der nicht mal den Generator. Guck dir den schönen Mond an, ist das geil. Ich bin der Nähe von der Schweineficker Farm. Und dann schon wieder die Ketten-Sägen-Typen. Ketten-Sägen-Typen. Wieso ist der gleich in meiner Nähe? Ich verstehe es nicht. Hoffentlich hat er nichts drauf. Ja, gesehen hat er mich im Fall nicht. Oh. Ich habe mal den Generator knallen lassen. Ja, ich habe. Das muss ja auch mal sein, ne? Das gehört ja dazu. Ich finde, das ist ja auch eine wichtige Funktion in diesem Spiel. Sonst würde man sie ja nicht eingebaut haben. Nein, nein, nein. Oh, kacke. Virus, immer schön ablenken, ne? Alter, er ist mir entgegengelaufen, hat mich gehauen. Jetzt findet er mich nicht mehr. WDF. Hallo? Ist hier jemand? Hilfe! Alles klar, mein Generator ist gleich ready. In 3, 2, 1, ready. Ich bin auf der linken Seite von dem Generator. Alter, sieht er mich nicht? Der sieht mich nicht! Ich bin ja in der Aufnahme drin, ne? Alles gut. Wenn du es mal sch... Komm mal, da, der... Hier, 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 warte mal! Hier, 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 hallo! Ich bin kaputt, hier, halt mich mal! Ja, komm! Ich bin kaputt, alter Affe! Ey! Ey, du Vollpfosten! Das geht doch gar nicht. Was denn? Der hat sich um 180 Grad mit der Hüfte gedreht. Oh! Sag mal, willst du mich jetzt verarschen, ey? Ja. Du, dass wir die Knochen noch nicht rausgucken, ey. Ich bin eben kein Sanitäter! Nuh, er bleibt bei mir auf jeden Fall. Er geht links von mir am Land von Maisvold rum. Oh, das war wie er knapp. Wir müssten, ja, ich hatte gerade zweimal. Wir müssen, wenn wir den Generator jetzt haben, holen wir runterholen. Einer ablenken und einer holen wir runter. Ja, er ist ein dreckiger Camper. Ich, äh, ich, 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 äh, was mach ich denn? Wo steht? Ach, da ist er! Nein! Der fährt jetzt den Nächsten. Ja, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Alles viel gut. Verdammter Camper! Geht wir ja ins Feld rein, geht ins Feld rein! Das machen wir nicht mit der Ja, das ist einfach für das Wurscht. Ah! Nein! Ach, Al, bitte! Warum läuft er denn direkt da lang, wo ich möchte? Ach, nee! Okay! 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 Oh, ich muss kämpfen! Okay, 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 okay! Ja, klar, ich kriege dich da einfach nicht runter, alleine! Ja! Ja! Na komm schon, du Arschu! Holy, wo bist du? Hey! Ja, ich krieg'n, tut mir leid, Alter, ey! Ja, ich geh jetzt kap... Ich geh raus! Ich hab's längstens versuch'n, tut mir leid, zu sagen, aber das war doof! Und da hätte man vielleicht ein bisschen mehr... Da hätte man vielleicht... Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr... Ja, ich spiel'n müsse! ich habe dich gerettet und bin dadurch gestorben und du bist abgehauen ohne mich versuch zu retten das hat mir das jetzt gebracht wenn ich jetzt bei dir geblieben wäre und er hat mich auch rausgerannt das hat mir das jetzt gebracht wenn ich jetzt zurückgerannt wäre und er hat mich auch erwischt du ich war auch angeschlagen wird ein schlag machen müssen nicht mehr auch da am gewissen boden ist jetzt auch egal weil ich im richten bin nein doch nein ach komm ich steuze jetzt mit dir nicht in der aufnahme das ist eigentlich auch nicht mit ihren was macht der virus dann man war der blind hast du das gesehen ja ich bin nicht der einzige der noch drin ist ich weiß nicht warum der andere noch drin bleibt ja der macht gerade den ausgang auf den anderen die bleibt aber noch drin ich glaube ich muss aber auch gleich rausrennen wo ist jetzt die scheiß nuke ist das ein nuke ja mal gucken ob die wegkriege noch so lange reicht ach scheiße verkackt verkackt hat das Ah, wo ist die Luke? Ich hab sie nicht gesehen. Oh, das ist irgendwo her. 3,0 links sehr schön ich weiß nicht warum der ganze Zeit am Ausgang rumkampiert der ist dumm der Killer ey ja guck so läuft da so hat er uns recht verlassen ich hätte an seiner Stelle jetzt auch sofort tschüss opa ey so lade ich mal noch ein hier lade mal noch ein wer hat denn letztes Mal eingeladen von euch war ich das oder wer du warst das du warst das ok dann bleiben wir dabei das ging ja eigentlich recht schnell da mit dem Lobby wenn wir dann mal alle drinnen geblieben sind und mich rumheulen wie ein Mädchen ja was ist denn los Simona danke so heißt meine Schwester oh man oh ok ok du kommst mal gar nix du Zipfel oh 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 Lobby oder nicht Lobby ne der holi und ich wir fliegen raus und du bist in der Lobby so oh prestige angry cat ok ich hatte auch so kitty cat ich hab das bei der kreak nie irgendwie grob zu machen bei dem entweder lassen sie dann einen extra warten oder keine ahnung ne stimmt nicht immer nicht immer aber immer öfters klaus thaler ne wir haben zum wochenende muss mich jetzt nicht dran erinnern yummy yummy like you might beary ja ha 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 er hat der klasse holi boah ich wünschte ich hätte noch ein bisschen Geld dann würde ich mir jetzt ein Stroh holen hoah schön honig gesagt okay ich hasse ich hasse diesen selbst ich mag den nicht das ist so eklig da ist sie lieber scharfen oder mittelscharfen selbst aber diesen süßen das passt mir zu dieser weißwurst gar nicht also wenn wir irgendeiner mit diesem senf kommt den kann er sich sonst wo stecken wir schenken den virus zu gewurtssachen einmal süßen sind und ich muss auslöfeln und ich muss auslöfeln er macht dann ein live unboxing auf twitch die ganzen becher ich mache das wenn ihr mir das zuschickt nicht also außer du wirst kotzen ich sag's dir gleich nach ihr macht dann ähnlich von daher wie soll ich auch schon mal schnaps mit selbst getrunken dafür habe ich zehn euro bekommen michael ist es das ist doch scheiße ist ja schlecht ist ja schlecht wir müssen uns nächsten generatoren fertig ich habe mich durch gebückt bin um so ein kasten rumgegangen und er hat aufgegeben man braucht eier aus stahl das sind von ihnen die augen geschlagen sagt weißt du wirst du kunst mir gar nichts ich habe gesehen da hinten ist er lang irgendwo hat er sich jetzt aufgeladen ja bei mir nicht ich bin ja neben vorbei was ist passiert gelaufen er hat sie an mir aufgeladen diese blöde das ist ja nein mit einem schlag what the fuck und wir sollen auberhacken aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah you fucking asshole ey Du Kämpfer, hau ab, du Scheiß-Cämpfer, du. Du verhurte Pischschwalbe, ey. Komm runter, du alter Sack, ey. Und Generator ist fertig. Ich muss kämpfen. Ey, das ist behindert, ey, ganz ehrlich. Mal hast du die Chance, vom Haken runterzukommen. Und mal wieder nicht. Was? Yeah! Ich wollte gerade losrennen, Alter. Das ist behindert, dass du vom Haken kommst. Du kannst dich sofort los eiern, ey. Ach, ich häng schon wieder. So. Aua. Ich konnte der mich denn sehen, Alter, war doch mal weit, äh, 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 ihr habt das gesehen, also in der Aufnahme, das könnt ihr euch angucken, der war doch so weit weg, ich konnte der dann wieder, äh, also unglaublich so weit, eine Frechheit, ey. Also guck mal, mal dem Alp zu, wie er sich hier schlagen tut. Ich habe Angst. Äh, engrig, hätte läuft hier, als wäre er besoffen. Ich kann tote Menschen sehen. Holy! Musst einen Abgang machen. Der wird beobachtet. Er schaut nur in deine Richtung, muss ja auch nicht sagen, dass er dich verfolgt, weil der andere jetzt anehmt. Dreh dich nochmal um, dreh dich vor, ich sag mal nochmal um. Och, da hinten ist er, der hat dich, der hat dich im Auge, ja. Dieser Pische, ey. Alp, 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 Generator. Generator 2, Generator 2, ist fertig, jetzt. Ja, laufe in die Richtung, da ist einer, er versteckt sich hinter der Palette, jetzt laufe links. Holy. Der ist blind. Geh mal die bezahl an. Das war mein Generator, wo ich saß. Hey. Oh, jetzt hole ich. Nein, oh. Oh, links. Links, 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 links. Rett, rett, rett. Nein. Oh, du Vogel, Alter. Äh, das Ding, äh. Die Engeliketz setzt, drehen über und macht einen, ähm, ähm, Generator. Und der Holy versperrt jetzt die Ausgänge. Nein, der Holy macht auch Generator. Der läuft direkt am Allscherwei. Nein. Nein. Hol den runter. Nein. 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 Und der andere ihn jetzt runter. Das wäre natürlich jetzt, äh, keine schlechte Idee. Hier. Jawoll, super. So funktioniert das. Oh. Mach Generator fertig. Mach Generator fertig. Da habt ihr die Ausgänge wenigstens parat. Und jetzt heilen. Lass sie jetzt heilen. Ja, klar, ey. Ey, geht so, ich. Zu dem, wo ich gerade zum Ausgang rennt. Vielleicht wo der andere Ausgang ist. Boah, ey, heftig, Alter. Ein gutes Team, ey. Also, er ist vorbei. Er ist bei keinem der Ausgänge. Keine Ahnung, wo Michael hin ist. Oh, halt euch erst mal. Gibt noch Punkte. Achtung. Äh, Engel Cat ist unten im Keller. Hat aber kein Herzklopfen. Okay, bei euch ist er. Lauf! Ah, vergiss dich doch. Arsch. So, sehr schön. Hat ja mal wieder funktioniert, ne? Ja, komm. Lars! Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Ey, super Sache, Leute. Super, super Sache, ey. Das hat so einen Nuckel. Ja, Freunde, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch einfach mal einen Daumen da. Tut doch mal schön einen Kommentar drunter schmeißen. Würde mich mal sehr über Feedback freuen, eurerseits gegenüber. Und schaut auch mal bei den anderen Jungs vorbei. Die haben auch schönen Content. Der Alp ist noch gerade in der Vorbereitung für seinen neuen YouTube-Kanal. Und der Holi, ihr kennt ihn ja schon. In dem Punkt würde ich mich an euch beiden bedanken für diese Aufnahme. Ja, könnte ich. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Euer Virus und ciao mit V. Tschüss. Tschüss.